Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Ola FM, hier spricht Frank und ich möchte euch von ganzem Herzen eine frohe Weihnachtszeit wünschen. In diesen besinnlichen Tagen, wenn die Sterne am Himmel heller leuchten und die Herzen näher zusammenrücken, denken wir an das, was wirklich zählt. Unsere Familien, Freunde und die Gemeinschaft, die uns umgibt. Weihnachten ist eine Zeit der Freude, des Teilens und des Innehaltens. Es ist ein Moment, in dem wir nicht nur Geschenke, sondern auch Liebe, Wärme und Mitgefühl miteinander teilen. Lassen Sie uns diese festliche Zeit nutzen, um dankbar für die kleinen Freuden des Lebens zu sein, für die Lieder, die uns zum Lächeln bringen und für die Geschichten, die uns zusammenbringen. In diesem Jahr haben wir alle Herausforderungen gemeistert, neue Wege beschritten und sind an ihnen gewachsen. Lassen Sie uns diese Erfahrungen als Geschenke ansehen, die uns stärker und widerstandsfähiger für die Zukunft machen. Lassen Sie uns die Hoffnung und das Licht, das Weihnachten in unsere Herzen bringt, in das neue Jahr tragen. Im Namen des gesamten Teams von Ola FM möchte ich euch allen danken. Danke für eure Treue, eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer Radiogemeinschaft seid. Ihr seid das Herz von Ola FM und ohne euch wäre unser Sender nicht dasselbe. Ich wünsche euch allen ein friedvolles, freudiges und liebevolles Weihnachtsfest. Möge es gefüllt sein mit glücklichen Momenten, herzlichen Begegnungen und unvergesslichen Erinnerungen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit herzlichen Grüßen, Frank Oberlin Begegnungen und 3.000 Begegnungen und 3.000